ja hallo herzlich willkommen zu heiz den video auf heinsschmitz.org ich habe heute mal so ein kleines gerät hier man kann das vielleicht sehen das ist eine kamera hat mich vorne eine linse dran und genau damit wollen wir uns ein wenig befassen das geht um eine möglichkeit was man somit überwachungskameras machen kann was ich hier habe wenn man das von oben mal ansehen ein nettes kleines gerät mit dem interessanten fuß dem man etwas ausfahren kann ein bisschen haben die konstrukteure nicht aufgepasst wenn da keine magnetische unterfläche drunter ist dann fällt er nach vorne um so aber ansonsten geht er ganz gut sonst hatte keine bedienungselemente man hat zu diesem fuß darunter ist ein magnet das sehen wir noch wofür wir den braucht mikrofon optik und hat hier hinten drei anschlüsse für usb stick hier ist eine kleine sd karte drin und die stromversorgung über micro usb man muss allerdings das kabel nehmen das dabei ist dass einen kleinen stecker hat wenn es zu groß ist klappt es nicht so und das ist alles was es gibt noch einen knopf unten unter dem gerät den kann man hier vielleicht sehen da steht dann eben setup drauf denn das ganze geht über wlan und zwar nicht nur lokal über wlan sondern das ganze wird von der kamera über das interne wlan netz an die amazon cloud aws übertragen in die eigene infrastruktur von azeitraum das ist ja der hersteller die ist interessanterweise entworfen in deutschland des seines germany und wird produziert in china es ist wie gesagt es ist noch ein prototyp das heißt die hardware müsste ziemlich fertig sein an der software sind die ingenieure noch dran so was kann man jetzt damit machen überwachen kann im prinzip ja jeder ist wirklich schön überwachen kann ja im prinzip jeder wir wollen mal schauen was die so besonderes kann ich habe hier dafür mein tablette so und dann machen wir einfach mal die applikation die es dazu gibt ja zarton das ist also der die app die es dazu gibt die habe ich jetzt einfach mal geöffnet und wenn ich sage hier kamera 1 dann kommt irgendwann das dauert jetzt moment dann kommt irgendwann das bild so und wenn ich denn mich mal auch so drauf schalte dann kann man sehen kann man mich auch hier auf dem monitor sehen also steht jetzt hier einfach und man kann mich denn damit beobachten hier auf der benutzer oberfläche kann man sehen da sind einige bedienen knöpfchen drauf einmal hier ist das die tag nacht schaltung man kann ihn also auch auf nacht schalten das heißt die infrarot lampen die hier an der seite sind die gehen an und so ist aus und so ist automatik die infrarot lampen gehen dann an und er schaltet auf schwarz-weiß weil er eben infrarot aufnimmt dann kann man hier noch das bildformat etwas verändern man kann es etwas breiter und etwas schmaler machen ich lasse es jetzt einfach mal so und dann gibt es hier noch ein paar einstellungen hier zunächst die grundeinstellungen und zwar die detection settings wie das heißt die web ist in englisch so und da kann man sagen ich hätte jetzt hier gerne eine intelligente muster erkennung was passieren soll und zwar ist die auf medium gestellt also wie viel bildänderung muss passieren bevor er irgendetwas unternimmt und dann kann ich hier noch sagen er soll entweder den ganzen tag aufnehmen vielleicht kann man das hier sehen er soll den ganzen tag aufnehmen oder nur er sollte das ganze bild auswählen oder nur die einen bestimmten bereich den ich hier aktiviert habe so und dann kann ich noch ein co alarm also kohlenmonoxid alarm und einen rauchmelder der auch eingebaut ist hier aktivieren von wann bis wann soll er aktiv sein hier hier ist jetzt hier von 1 uhr bis 1 und 6 tag also 24 stunden soll er die ganze sache überwachen das sind so die grundeinstellungen die man machen kann wir kommen gleich da noch mal hin zurück so was haben wir hier noch soja dann was soll er wenn er eine bewegung bemerkt hat ein unterschied bemerkt was soll er machen hier in dem fall er sagt er send notifications das heißt ich kann das also einschalten und bekomme denn auf meinem tablet oder auf meinem smartphone das ganze läuft auf dem smartphone zeige ich ihnen noch kriege ich dann eine nachricht und was haben wir sonst noch dann hier wo soll das ganze gespeichert werden soll das video den ganzen tag über gespeichert werden dann wird die von jeder minute des tages ein video clip gemacht und der wird auf der internen sd karte abgelegt hier kann man auch die sd karte formatieren und so weiter und so weiter man kann auch das video ausschalten dann wird es nicht aufgenommen so und hier haben wir noch so ein bisschen basic settings soll der ton mit aufnehmen oder soll er nur machen nur bild aufnehmen soll er ein status licht an machen das ist hinten eine blaue leuchtdiode die an ist und soll man das image drehen lassen denn man kann es also nicht nur ich lass das mal drehen rotate image dann stellt er das bild auf den kopf schauen wo bin ich denn da ob es schon abgeschaltet er stellte das bild auf den kopf also es müsste ich wenn sie mich richtig sehen wollen auf den kopf stellen man kann natürlich auch was anders machen daher ein magnet fuß hat kann man ihn auch einfach irgendwie an einen mann pups beim hädchen teil anbringen und jetzt können wir hier mal eine schöne galerie als überwachung sehen wenn die sie also jetzt bewegen würden was dann nicht möglich ist würde man sie würde man diese bewegung sehen wunderschön man kann also mit einer magnetplatte dabei ist die man irgendwo hin kleben kann ich habe ihn auch unter der decke festmachen und so eine überwachung fahren das ist so das was man machen kann man kann natürlich von den bildern die man sieht direkt ein foto machen hier unten links ist ein foto so das ist dann auf der internen speicherkarte gespeichert man kann video kontrolliert aufnehmen und man kann auch ein timelab machen mal schauen hier da hat jetzt das sind die ganzen meldungen hier die wir kommen sind die wollen wir aber nicht sehen das sind also die meldungen die ich heute im testbetrieb aufgenommen habe die ihn machen wir einfach mal alle weg die brauchen wir nicht ich hatte also schon einiges gemacht und dabei ist das passiert so jetzt noch mal schauen und hier gibt es eine funktion die heißt timelab das habe ich mal gemacht das heißt also zeitraffer wenn ich habe das wie gesagt schon mal gemacht und zwar war das ein riesen komplizierter aufbau ich habe also einfach eine uhr hingestellt hier ein paar bunte unterlagen hier die kamera und habe das timelab so eingestellt dass er 24 stunden aufnehmen soll schauen wir mal und zwar sah das ganze denn wo haben wir das hier da ist es das ganze sah denn so aus wie sie sehen läuft jetzt hier der uhrzeiger relativ schnell und wenn es dunkel wird das ist stand ja auf automatik dann geht er eben auf schwarz weiß und schaltet die infrarot leuchtdioden an so dass man was sehen kann so und jetzt wurde es wieder hell und schon waren die 24 stunden um es gibt eine einschränkung bei die müssen so eingestellt werden dass die insgesamt der aufnahmezeit nicht länger als eine minute ist das system ist so programmiert dass die längsten filme eine minute sind auch wenn man denn sich mal auf ansieht was er über den tag aufnimmt wenn man sagt er soll immer aufnehmen dann sieht man hier dass für jede stunde ein neuer so muss man für jede minute in der stunde ist ein neuer film gemacht hier können wir uns auch zum beispiel ansehen das war um 18 43 da wurde es denn plötzlich dunkel das habe ich schon vor einiger zeit aufgenommen als ich die kamera bekam aus china so sehen und jetzt geht das hier irgendwann da da geht das los hier wird es dann plötzlich dunkel und automatisch halten sich jetzt gleich die infrarot dioden ein und er nimmt jetzt nur den infrarot bereich auf also in dem fall sieht es hier aus wie schwarz weiß das geht also wunderbar relativ einfach zu realisieren ich brauche mir jetzt nicht mehr so das geht relativ einfach zu realisieren wie man das system einbindet das ist ein bisschen komplizierter man nimmt sein smartphone ich habe also jetzt hier auch mein smartphone auf dem gruppe tschuldigung auf dem gibt es auch die applikation dafür muss man erst mal aufmachen so habe ich auch die applikation drauf und kann dazu parallel zu dem anderen auch mir den inhalt ansehen das dauert jetzt im moment da werden wir das gleiche sehen und wenn ich hier die hand inhalte dann sehen sie wird auch vor beiden wird erscheint die hand wenn ich also mein device mein tablet oder mein handy im hausnetz angemeldet habe dann kann ich die applikation laden finde die die azatron kamera und kann die dann sage dann verbinde mir die das ist ein bisschen kompliziert man muss sich erst denn anmelden einloggen einen account anlegen wie das heute übler üblich ist bekommt dann über die e mail adresse einen zulassungscode zugeschickt den muss man denn eingeben in die applikation und erst dann wird die verbindung in die cloud hergestellt denn es ist so die daten der kamera das können wir sind mal wieder runternehmen die daten der kamera werden in die cloud geladen wie ich schon sagte in die amazon cloud die in nach frankfurt gehen die in dem falle und bleiben auch in frankfurt das haben die mir die entwickler versichert und sind aber denn aus dieser cloud abrufbar entweder denn auch wieder über das lokale netz oder man kann hergehen und kann auch mit dem smartphone wenn man unterwegs ist hier sieht man übrigens auch dass das denken quer geht auch wenn man unterwegs ist kann man auch über das normale mobilfunknetz über die cloud eben auf die kameradaten zugreifen das geht also bei der anmeldung dafür braucht man auch unten das knöpfchen einmal das sagte ok jetzt haben wir die kamera jetzt drücken sie bitte das knöpfchen und dann wird eben diese anmeldeprozedur eingeleitet und man verbindet eben die kamera mit dem hausnetz und in diesem hausnetz tummelt sie sich denn man braucht natürlich zugriffsrechte und sowas alles und solange die kamera an ist eingeschaltet ist sendet sie die daten in die cloud es ist die amazon cloud die entwickler haben mir versichert die daten können nur vom user abgegriffen werden von keinem anderen das ist eine entscheidung die muss man selber treffen ob man sowas zulassen will oder nicht so und das war das das war ganz kurz was ich erzählen wollte über eine neue kamera die jetzt hoffentlich bald auf den markt kommt die an einen sehr cleveren mechanismus hat wie man sie hinstellen kann und was man hier machen kann und sieht rüppig aus ist schön kompakt hat keinen akku an bord muss also über das 5 muss mit 5 volt mit usb versorgt werden aber sonst macht sie genau das was sie so macht einfach eine überwachungsfunktion und genau das war ja das was ich ihnen heute erzählen wollte ich wünsche ihnen noch einen wunderschönen tag und auf wiedersehen bald hier auf Heinz schmitz.org